Ich habe es einfach wieder vergessen. Weißt du was, ich mach jetzt hier einfach nochmal ihn hier. Ach ne, stimmt, bei den Stacheldinger war das ja gar nicht. Wo war denn das jetzt? Uuuuh... Huuuch... Vergessnn... Ach doch, ja stimmt, ja. Da ging das Ding. Okay, das ging jetzt ausnahmsweise gut. Das wäre sehr frustrieren gewesen, wenn du den Scheiß nochmal hättest und vorne spielen musst. Boah, das hätte mich sowas von aufgeregt. Da ist nix. Boah, es leckt gerade wieder wie Hulle. Und die Grafiken spasten rum. Boah, bei mir sieht die Lava end schlimm aus. Ich sehe nur irgendwie komischen roten Teppich, der sich hier bewegt. Ja, bei mir ist das nicht anders. Wow, geil, jetzt solch komplettes rotes Bild, weil die Lava jetzt komplett weggespendet wurde und du hast nur so'n roten Teppich aus nichts gesehen. Das war wirklich genial, also davon war ich fasziniert. Boah, es leckt ja. Boah, was war das für ein Leck? 95% aller Tote und Treffer führen auf solche Monster-Lacks zurück. Ja. Gehört halt dazu. Passiert. Ja, die Blume lasse ich auch hin. Ich habe ja gesagt, kann keine 100% mehr machen. Und daher tut man das Möglichste und versucht irgendwas zu retten. Was zu retten ist. Ja, sprich, durchkommen. Dich nehme ich aber nur mit. Einfach nur für die Quote. Oh mein Gott, ein Buh. Die ist in Fall süß. Oh, bist du fies. Der arme Bruder hat dir gar nichts getan. Du hast deine ganzen Hoffnungen und Lebensströmmungen. Oh, Lavaspucker. Oh Gott. Die können so richtig böse werden. In den Original Super Mario World 3, 2, keine Ahnung, gehen mir die Viecher schon auf den Sack. Da ist eine Boss-Tür. Die Boss-Tür. Wie hast du den gerade eben verletzt? Durch die Explosion. Das habe ich auch noch nicht geschaffen. Ich schaffe hier in diesen LP Dinge. Von denen ich nie mal zu träumen gewagt habe. Von denen ich nicht mal wusste, dass die gehen. Ich weiß nicht, ob ich erstaunt oder schockiert sein soll. Beides. Wo kam das Ding jetzt runtergefallen? Achso, das ist das von eben. Das ist eine Kreisrunde gefahren. Da ist ein Sniffet. Ich schaffe nichts zum Singen verleiten lassen oder zum Summen. Es geht immer schief. Du bist immer off-screen, jo. Ja, ich bin off-screen, alles klar. Gut, ich mache jetzt meinen Emulator auf Minimieren und gehe off-screen. Viel Spaß beim Spielen und so weiter. Ich feuere dich irgendwo von der Ersatzbank aus. Oh Gott, war das knapp. Irgendwie überlebe ich es immer. Meistens. Manchmal geht es auch schief. Eine Klupe. Ich will es trotzdem sammeln. Das wird doch eh nichts. Wie viel fehlt mir denn noch? Oh, ziemlich. Eine Flur habe ich. Er ist... Oha. Wie? Das frage ich mich auch gerade. Der Kampf sieht wirklich sehr fordernd aus. Bist du sicher, dass du das schaffen kannst? Ich meine, die Gegner sehen ziemlich stark aus. Kann ich nicht. Das ist unmöglich. Siehst du doch. Sie haben mich getroffen. Ah, da kommt noch eine Tür. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das ist viel zu einfach. Ähm. What? Hat er der Hackersteller in den Bosskampf nicht wirklich ernst genommen? What the fuck? Einfach nur verwirrt sein. Yay, noch mehr von denen. Wie viel kommt denn noch? Oh, das heißt, die aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich der Hackersteller auch, als er den Raum hier eingebaut hat. All good things are free. Alle guten Dinge sind frei. I think I spider. So, noch eine. Jetzt hat. Jetzt hast du wieder. Oh, äh, Moment. Ich muss kurz umschalten. So. Der Rest wäre easy, but this one's no pushover. Erinnert mich sehr an den Wochskampf in der letzten Welt. No! Ende. Überraschung. Hallo, ich bin der Blob. Wer bist du? Hallo, ich bin der zwei Blobs. Wop. Ich hab's mal geschafft, alle Blobs freizulassen und dann mit einem Ei zu töten. Das war auch epischer Kill of Doom. Autsch. You can do it all night and so on. Naja, first. Ich hab's auch erledigt. Nur hab ich irgendwie alle auf einmal erwischt. Da hatte ich voll den Superskill-Schuss. Ich hab den doch eingesammelt. Ganz ehrlich, wenn du jetzt alles gehabt hättest du 29 Sternies und hättest das da noch bekommen, das wäre, glaube ich, richtig so zum Abfall. Oh Gott, 37 Punkte. Boah, so schlecht war's hier doch gar nicht. I'm sitting records. Oh, ich seh grad, dass ich noch Miet im Zimmer stehenden hab. Oh, Miet. Oh, ich hab noch nicht gegessen. Mein Magenknurrt, ich darf jetzt noch nichts trinken. Erst was essen, dann was trinken. Ich mein, hey, ist es Sonntag? Wen stört's da? Ach ja, ist es Sonntag? Hab ich schon ganz vergessen irgendwie. Zack, zack. Zack, zack. Also entweder hab ich Tomaten auf den Augen oder die Wolke sah grad eben aus wie ein Fisch. Welche? Die große. Die hier? Ähm, wenn man das ganz vordere weglässt, dann sieht's aus wie ein Fisch. Also ungefähr. Ja, ich mein von links gesehen. Diesen Knubbel links weg und dann sieht's aus wie ein Fisch. Wer genug Fantasie hat, kann das hier nachempfinden. Keine Röhre, wo ich... Doch. Das wär jetzt aber auch sehr ominös gewesen. So, jetzt geht einmal hier lang. Dann hier hoch. Woopsa. Hier ganz oben. Gestakt. Und zack. So, einmal auf. Wo, fetter Vogel. Wo, fetter Vogelattacke. Mir ist die Wünze wichtiger als das Baby. Woopsa. Das Baby könnte ich haben, aber die Münze gehört mir. So ungefähr. Alter. Unfair. Und wie nennt man das? Keanu-Tality? Genau wie die Namen, die ich irgendwann in den Skype eingeworfen hatte, die mir einfach gefallen haben. Ultimate... Keanu-Hark 88 oder so war das doch. Oh, ich glaube, du stirbst. Nein. Oh. Bei mir bist du in den Abgrund gestürzt. Jetzt bist du wieder auf der Wolke. Episch. Lern-Zielen. Geht durft. So, da hoch. So, nach dem Level beende ich auch die Aufnahme. Wir sind jetzt schon bei 54 Wow Die Viecher mochte ich noch nie Die treffen einen so, als wenn man den Baby Den Baby, das Baby nicht auf dem Rücken hätte So dass man sich dreht Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist Nervig sind sie trotzdem Wow, Wettrennen Wettrennen verloren Und tot Tja, Kattenfalken war einfach mal wieder ein bisschen schneller War das nicht irgendwo Assi? So ein kleines bisschen, würde ich mal sagen Ich fucking hate das Meinst du, wir schaffen das Level noch in den Bisschen Minuten? Schon, oder? I fucking hate that Vor allem mein Essen Mein Essen ist auch gleich fertig Nur weiß ich nicht genau wann Deshalb will ich jetzt ein bisschen schneller machen Und Pfeif auf Die ganzen Punkte Na gut, den nehm ich noch mit Opsa Ihr habt auch, Ulker, hier was essen Ja, kannst du ja doch nachher Ich weiß nur nicht was Irgendwie habe ich Lust auf Pizza Dann bestell dir eine Du darfst jetzt hören Fertig Forder die Coins Als ihr hovered down To find 5 hidden red coins Sproff Eine Wenn du dir getroffen hättest, wäre das echt cool geworden Nein Boah, wie ich hier im Zickzack springe Im Zickzack zum Zickzack zum Ziel Genau Falsches Spiel Irgendwie Oh nein Oh Gott Und wird das ein Minispiel, wird das Minispiel Wir werden stehen 1 zu 5 Und es wird kein Minispiel Es wäre aber, wenn ich genügend Blumen hätte Wäre Jetzt haben wir den Chokoyoshi Zweimal hintereinander für schlecht Naja Spätestens im Offscreen-Modus wird das auch wieder auf 100 kommen Ja gut, das war euer Keanu Und? Ja, hier Dings Rio Hayato Guten Tag Let's play Mario Yoshis Island Star 2x2 2 Ja, richtig so Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss